In den meisten Fällen ist es einfach nur ein Nährstoffbedarf, der dadurch entsteht, weil du bei den drei Hauptmahlzetten nicht genug und oder nicht ausgewogen gegessen hast, manchmal ist er da und lässt sich kaum stillen, der Süßhanger. Er treibt einen dazu, in den entlegensten Ecken der Küchenschränke und Wohnzimmerschöpladen nach Süßkram zu suchen, obwohl man ganz genau weiß, gesund ist das nicht, was du dagegen tun kannst, erfährst du hier, warum habe ich Süßhanger. Er treibt einen dazu, in den entlegensten Ecken der Küchenschränke und Wohnzimmerschöpladen nach Süßkram zu suchen, obwohl man ganz genau weiß, der Körper leidet dann meist an einem Mangel, den er versucht, dir so mitzuteilen, in den meisten Fällen ist es einfach nur ein Nährstoffbedarf, der dadurch entsteht, weil du bei den drei Hauptmahlzetten nicht genug und oder nicht ausgewogen gegessen hast. Der Körper leidet dann meist an einem Mangel, den er versucht, dir so mitzuteilen, in den meisten Fällen ist es einfach nur ein Nährstoffbedarf, der dadurch entsteht. Der Körper leidet dann meist an einem Mangel, den er versucht, dir so mitzuteilen, in den meisten Fällen ist es einfach nur ein Nährstoffbedarf, der dadurch entsteht. Aber warum Serotoninmangel als Auslöser Serotonin ist das sogenannte Glückshormon? Haben wir genug davon, geht es uns gut. Wenn der Körper es ausschüttet, haben wir gute Laune und sind fröhlich. Der Körper kann Serotonin selbst herstellen, er braucht dazu nur komplexe Kohlenhydrate. Geht nicht, du sitzt im Büro? Wer hat denn die Süßigkeiten in deine Schublade gelegt? Verschenke den Kram, dick werden sollen andere, nicht du, stattdessen lege dir eine Packung Knäckebrot oder... Geht nicht, du sitzt im Büro? Wer hat denn die Süßigkeiten in deine Schublade und koche dir dann einen Früchtetee? Der hat ganz wenige Kalorien und schmeckt süß, stecke dir dann ein zuckerfreies Kaugummi mit starkem Menthol oder Pfefferminzgeschmack in den Mund. Der hat ganz wenige Kalorien und schmeckt süß, stecke dir dann ein zuckerfreies Kaugummi mit starkem Menthol oder Pfefferminzgeschmack in den Mund.